Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roam to the World 2 mit den Römern und hier ist der Punkt, wo unsere erste Legion und die dritte Legion anlanden werden in wahrscheinlich paar Runden, drei Runden, also wieder viel zu spät. Beziehungsweise nicht viel zu spät, aber zu spät. Also in, ja, 105 wurde die Nordküste angegriffen und ja, ich werde hier wahrscheinlich, oder hier, ich brauche hier auf jeden Fall was gegen Katargo, weil ich werde ja jetzt das Klintel mit denen brechen und das finden die ja nicht so gut. So. Und dann, hier werden wir mal schauen, was. Ja, okay, also. Ist, äh, ziemlich eindeutig, ne? Das können wir ja automatisch machen. Gut, niemand wurde verletzt. Niemand ist gestorben. Verletzt schon, aber gestorben nicht. Ja, machen wir so einen, dann machen wir ein Trocken-Doc. Hier müssen wir auch schauen, dass wir bisschen, ja, ähm, ein bisschen was zum Rekrutieren haben, weil sonst dann müssen wir wieder hier zurück und, also, das passt schon so. Gut. Hier oben, die mögen wir uns auch. Bam, 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 bam. So, und jetzt hier, genau, hier ist noch Makedonien. Die töten wir ja dann auch noch. Minus eins. Äh, plus eins. Und wenn ich rausgehe, dann minus fünf wahrscheinlich. Du. Du hast auch ziemlich gelitten, ne? Und hier kann man nix bauen. In drei Runden kann man hier was bauen. Auch in drei Runden. Und du hast auch ziemlich gelitten. Du brauchst auch vier. Warte, was kannst du hier bauen? Äh, nee. Aber ich kann noch ein Spion machen. Ah. Ich muss mal hier runter und dann, oh. Äh, nee, äh, hier bauen wir, bei mir schon zwei. Das heißt, hier machen wir das da und öffentliche Ordnung. So, wir haben, wir haben 500, 5000. Also hier so, Schrecken, warum hat das? Ich muss mal noch kurz reinkommen, wieder. Okay. Besitzer ist Katargon, ne? Aber hier war Katargon nie. Hm, 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 hm. Warte mal. Wie mag uns denn Katargon? Nicht so sehr, ne? Ja, okay, dann. Möchtet ihr das Klintelkönigtum mit dieser Fraktion beenden? Ja. Menschen sind wechselhaft wie die Jahreszeiten. Nur bei Al-Hammu. Genau. Das Problem ist halt, äh, ja, ähm, jetzt mögen wir uns alle nicht mehr. Uuuuh. Es ist halt wirklich das, äh, das Problem, dass dadurch, dass man ein Klintelkönigtum, ähm, beendet. Ja, okay, der, äh, den interessiert es nur ein bisschen. Minus 1, den auch nur ein bisschen. Ja, okay. Ja, ähm, ja. Ja, normalerweise kommen dann ein paar, die, hm, nicht mehr so wohlgeworden sind. So, äh, Legion 8, die kommt dann nach Lillibayern und greift dann Katargon an. Wir haben noch ein paar, ähm, die können mal weiter scouten. Warte, hier, hier kam sie her, hier war niemand, ne? Ja, naja, nicht wirklich. Hier war auch niemand, die macht jetzt hier ihre Runden. Dann, wer ist da? Auch eigentlich niemand Besonderes. Du bleibst mal hier. Äh, du bleibst auch mal da. Du bleibst da. Du machst gar nichts. Warte, du, du kannst gar nichts machen. Du bekommst was, weil du bist nämlich einer von meinen. Dann, äh, Bewegungsreichweite und Geheimaktionen werden Admiral. So, Legion 6, die bleibt da. Da warte die, äh, Töte mal kurz den da. So, sehr schön. Es gibt ja immer ein bisschen, ähm, Erfahrung und das ist immer gut. Äh, Tö, 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 Tö. Legion 2. Warte mal. Kann man den ersetzen? Ja, durch ein... Oh. Legion 2. Äh, willkommen auch ein Pferd. So. Cool, jetzt, äh, jetzt sind die beiden wieder... ...von mir, das ist gut. Das ist meiner. Das ist nicht meiner. Wieso hat er so viele... ...Geldverschwendungen? Ähm... Du bist auch einer von mir. Du bist einer von mir. Genau, die, äh, die mit den komischen Namen sind, äh, keine von mir. Okay, und die sind alle weg. Gut. Ja. So. Gut, dann, ähm... Dies ist mein Angebot im Namen meines Volkes. Ach. Göttern gesegnet. Sieh mal eine an. Ähm, der angebot klingt, hier kann ich tun. Das weiß ich jetzt nicht. Also an sich würde ich annehmen. Weißt du, was ich nehme an? Weil, also der Forderung 6.000. Äh, nein. Ähm... Ich unterbreite dieses Angebot nach dem Willen der Götter. Es könnte ein weniges Angebot bleiben. Wenn er nicht nach, äh, nach hier... Also hier hoch darf er gehen und hier darf er hingehen. Aber das da gehört mir. Und das da gehört mir. Ja, komm. Bei Tetraktis. In eurem Schädel liegt ein guter Geist. Eure Entscheidung ist ausgezeichnet. Oh, ich möchte den eigentlich noch watschen. Ah, egal. Gut. Ähm... Warte mal, aber... Aber das war jetzt nicht Athen. Wieso, äh, wird denn Athen jetzt als, als Verbündeter angezeigt? Oder habe ich das... Missver... Versehen? Was? Wieso gehst du jetzt eigentlich da hoch? Ah, der, der pusht mich ziemlich krass. Weil ich, ich... Dies ist ein Zeichen erreicht. Und nein, jetzt blinderst du. Oh nein. Wie kann der Dastung? Noch ein Triumph. Gendern nach Hause. Klintel. Sie ist nun kein Klintel tun. Ah, also, also Athen. Äh, Triumph. Ähm... Das heißt, Athen... Hä? Wieso ist jetzt Athen... Mein Klintel? Weil Athen ein Klintel von ihm war, oder was? Oder habe ich... Habe ich, äh, von Athen? Nee, die waren doch meine Feinde. Ich bin sowas von verwirrt. Warte mal. Ähm... Wo steht das? Wo steht das? Wo steht das? Nee. Warte, wo konnte man das nochmal nachsehen? Ähm, ähm, ähm... Nee. Ah, da, 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 da. Hier. Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Da, 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 da. Äh, was passiert jetzt? Ah! Hä? Was, 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 was? Hä? Was passiert da? Nein. Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott. Entschuldigung, ähm, der hat gerade irgendwas komisches gemacht. So, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder online. Wunderbar. Äh, hier Aufzeichnungen. Gut, ähm... Rebellion. Da, 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 äh... Siedlung ist glaube ich auch schon. Ja, das war gleichzeitig. Verdammt. Genau, ich habe ja mit Makedonien, äh, Rien verhandelt. Und jetzt ist er, äh, ist gleichzeitig Athen gekommen. Das heißt, ich muss sehr, sehr schnell jetzt handeln. Und, äh, sehr schnell schauen, dass ich, äh, Pergamon, kann man einnehmen. Ähm... Ach, verdammt. Ich muss halt schauen, dass, äh, ja, dass der jetzt nicht, äh, 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 kleine Asien wegnimmt. Und das wäre natürlich richtig nervig. So, du gehst da hin, du gehst nach unten. Du gehst hier hin, du kommst gleich mit. Äh, äh. Uiuiuiui, warte mal. Uiuiui, oh, 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 oh. Das ist eine ganze Flotte. Pfff, 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 pfff. Äh, wie, irgendwie so... Was macht denn da eine ganze Flotte? Gut, der geht da hin. Und der kann alle drei, ähm, unterstützen. So, dann schauen wir mal hier. Also hier kann ich mehr Geld, warte. Öffentliche Ordnung. Ist nicht so gut, aber immer noch Regierungsform, okay. Hier kann ich öffentliche Ordnung ein bisschen pushen. Hier auch. Äh, das brauche ich eigentlich nicht. Lassen wir mal zu minus 8. Ah, genau. Äh, und. Gut. Gut, ich bin, glaube ich, durch. So. Und jetzt schon mal mal ein Baubericht, bla bla blub. Quartiermeister, Haushalt erweitert sich, Frieden verhandelt. Okay. Gut, also hier ist, äh, Rom, also nach Kleinasien, oder in die Türkei, ist, äh, Rom 131 gelandet. Also ein bisschen, bisschen früher als wir, aber, das ist ja, nicht so schlimm. Also, was heftig ist, sind die beiden. Die werden mir noch ein, die werden mir noch ein, verhängen. Hier brauche ich noch drei Runden. Hm, 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 hm. Dann kommst du mal daher. So. So. Hm, hm. So. Hier habe ich eigentlich, also bei den, ja, Rüstungsschmied ist immer gut. Wie sieht's hier aus, äh, Nahrung. Super. Uiuiui, hier brauche ich eigentlich nur noch Dester, Korruption weniger. Baukosten. Ja. Ja. Ja, dann mache ich die Rüstungsschmiede. Super. Hm. Ach, genau. Die haben ja keine, keine Agenten mehr. Genau. So, warte, dann gehe ich hier mal, äh, nach Athen, weil, äh, Pella ist ja jetzt geschützt von dem da. Und wenn er den nicht schützt, dann könnte er gleich wieder, ne? Weil der muss das jetzt schützen. Sonst Gnade dir Gott. So. Dann schaue ich mal hier. Hier ist eigentlich, äh, alles ziemlich ruhig. Verdammt. Natürlich komme ich da nicht hin. Was macht denn der jetzt eigentlich? Wieso, wieso, wieso ist der da? Das sind die, ne? Lecker, was macht der denn da oben? Und wieso muss ich ja mit denen Frieden schließen? Naja, egal. Ähm, ich schaue mal gerade. Also, ähm, Asien, Entschuldigung, Asien wurde eigentlich nur bis, äh, Pessinus, Pessinus, hier, eingenommen. Also, die drei. Und, äh, 72 vor Christus, äh, war erst, äh, also Asien war, ähm, äh, war schon 131, quasi, wurde hier die beiden, dann die da. Und dann, ähm, wurde 72, also bis 72 wurde hier der, der, der Kopf hier eingenommen. Und, ähm, hm, ne, das stimmt nicht. Entschuldigung. Also, Asien ist hier, genau. Das, äh, das war 72, also bis 72 hat er hier alles eingenommen. Und dann bis 65 haben die Römer bis hier unten alles eingenommen. Und dann kam auch die Landung in Saram, Saram, Saramartien. Okay. Gut. Und hier unten Ägypten, ach, und, äh, 78 komplett. Okay. Und dann, genau, 93 ist, äh, Alexandria. Na, 55 bis 58. Uiuiui. Okay, 55 bis 58 ist, sind die Kriege in, äh, Gallien. Also hier. Also jetzt, äh, quasi, ich, ich, äh, push schon, äh, schon wieder ein bisschen zu viel. Also, ich darf jetzt eigentlich nur die beiden einnehmen. Und dann muss ich, äh, äh, bis 55 warten. Und dann, ähm, genau, und 51 kommt die Landung in Britannien. Äh, okay. Dann, und danach, äh, jetzt halt weiter, äh, danach, ähm, kommt Cäsar und so weiter, also, beziehungsweise Cäsar ist, äh, der mit der Landung. Aber dann, ähm, mit dem Cäsar, als er zurückkommt, ähm, ist dann, äh, wird dann, ähm, ähm, rumgespalten in, eben, äh, Nord und Süd. Und da gibt's auch einige Batschereien dann, so. Äh, der wird wieder aktiviert, der wird aktiviert. Äh, äh, da, 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 da. Ja, ja, ja. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben Krieg. Das Brett steht bereit und alle Figuren sind an ihrem Platz. Ah, okay. Das ist mir egal. Oder gar nicht mal, weil, ja, obwohl doch. Also, das, äh, kommt mir eigentlich ganz gelegen, danke. Aber ja, der hatte ja nicht, äh, freiwillig mit mir auf ihn geschlossen, das stimmt. Und der hat ja, genau, er hat ja mit Makedonien, äh, gebrochen. Genau. Warte, Massilia, mit denen bin ich zusammen, oder? Mit denen bin ich best friends. Glaube ich. Das hätte ich auch nicht machen wollen. Also, die haben mir ja, äh, daran kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Äh, die haben mir ja angeboten, ich, ich will sehen, was der macht. Ach. Ähm, der hat mir ja angeboten, Klentelkönigtum zu werden. Und das habe ich angenommen. Das war in dem... Naja, das, äh, ja, ist eigentlich... Äh, naja, ist in Ordnung. Ähm, genau, das ist in dem Sinn interessant, weil, ähm, bei Epirus zum Beispiel habe ich mit denen auch, ähm, ähm, mit der, ähm, na, äh, ich, ich habe in Epirus Let's Play auch mit, ähm, Massilia, Frieden geschlossen und die wurden dann so riesig, so extrem riesig. So, jetzt, ähm, hole ich mir die da, damit der es nicht tut. So, und... Dann hole ich mir die da. Ach, der, der steht daneben. Okay. Äh, äh, noch ein Tempel und, ähm, tschüss. So, jetzt kann ich alle, äh, upgraden. Hm. So. Ja, aber die da nicht. Na, Lena. So. Ja, die da auch nicht. So, zum Glück hat er nicht angegriffen. Legion 4. Hm. 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 Das können wir auch automatisch machen. Fraktion vernichtet. Wupsi. Hm. Da machen wir Handel. Hier machen wir Münzen und, äh, ja, Kladiatoren. Super. Jetzt können wir die nämlich auch ausbilden. Und diese da ausbilden. Und mit denen gehe ich wieder zurück, weil nämlich, äh, irgendwer Stress macht. Ah, hier oben. Okay. Da, hier kann ich aber... Ach. So, Militärausbildung braucht der. Ja. Wunderbar. Ich bin echt froh, dass der mich nicht angegriffen hat. So, der geht weiter. Der geht weiter. Und der geht weiter. Immer schön an die Hand nehmen. Hm. Und du gehst jetzt auch mal weiter und zwar hier hin. gut. Hier ist noch ziemlich negativ. Warte mal, was brauche ich dafür? Ah, das, ähm, erforsche ich ja gerade. Das ist gut. Du schaust mal hier weiter. Okay. Also, ähm, genau. Hier werden meine Soldaten erstmal bleiben bis 105 vor Christus. Oioioi. Also, 50 Jahre so ungefähr. Ja, doch. Wirklich 50 Jahre. Äh, ihr könnt euch mal hier einrichten, ne? Kommandant. Kommandant. Das heißt, äh, das waren jetzt die, ja, der könnte bis dahin noch überleben. Aber der ist bis dahin Geschichte. So. Gut. Oh Mann, wir, wir sind, äh, schon wieder fertig. Ähm. 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 Kinder bekommen, Kinder bekommen, immer alles Kinder bekommen. Du bekommst, ja, m, 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 m. Ja, mit Schwertern. Der geht in die Schule. Hm. Was ist das denn? Brennglas. Oh, interessant. So. Der ist 18. So, eigentlich könnte der langsam heiraten. Der hat, ja, okay, der hat nur ein Gravitas. Na gut. So. Dann, warte, was, was, äh, ich glaube, wir sind sogar jetzt dann fertig. Krieg erklärt, warte, wer? Okay. Ja, aufgebrachte Bevölkerung. Warte, wo ist er jetzt noch negative? Okay, da, da, da und da. Und da geht's. 44 plus. Hier ist 10 plus, 13, 12, 6, genau. Äh, da, 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 da. Hier ist minus 7, jetzt 14, 11, minus 30, minus 40. Äh, Eroberung, nur nächste Runde. Okay, dann ist, übernächster ist es wieder positiv. Gut. Dann schauen wir uns, äh, noch kurz an, was nächste Runde so alles passiert und dann warst du schon wieder. Dam, 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 dam. Aber also, rein theoretisch glaube ich, dass es jetzt wirklich, ähm, ja, keinen Stress mehr gibt. Also, wir sind ja so reich und, äh, haben, sind so groß, dass jetzt nur, also Pergamon ist, äh, noch eine kleine Bedrohung. Äh, weil das so viele, äh, ich, ich kann nicht runterschauen, das ist so nervig. Ähm, weil da viele Full-Stack-Armeen hier hat. Aber das macht das Ganze hier interessant, nicht, nicht? Ach, genau. Wirtschaftliche Absichten, äh, landwirtschaftliche Erträge. Friedenverhandelt, Erlass annulliert, warte mal, komm. Jetzt, äh, tötest du die mal, die nervt. Danke. Okay. Und du gehst jetzt, oh, shit. Oh. Makedonien, komm ich ja nicht auf die Idee. Duke, weh. So, eine Runde bis zur Kapitulation. Ja, ich, ich muss kämpfen. Ich muss es versuchen. Dann wird es diese Runde ein bisschen länger. Aber, na. Ich muss das ja eben versuchen, weil, äh, sonst, äh, gibt die einfach auf. Oh. Und das ist ja auch nicht so vom Vorteil. Weil, der hat das, also, das als eine Garnisonsarmee ist schon heftig. Hm. Ne, Regen ist in Ordnung. So. Ähm. Die Römer sind bereit, die Replik zu tun. Schwere bereit. Es war rein. Es war rein. Der muss ja kommen. Jupiter gibt und darf. Aber, weißt du was, so die Abstellung, das... Das geht. Das ist in Ordnung. Der geht jetzt wirklich auf den Hügel. Das ist in Ordnung. So. Wir schossen Batterie bereit. Hm. So. Jetzt gehen wir jetzt zurück. Hm. So. Jetzt gehen wir jetzt zurück. Die Männer wanken. eins z��� name, Ye, ich werde halt von allen Seiten eingegangen. Männer fliehen vor der Schlacht. Das war schon krass. Die Schöße waren auf Wiener. Gruppe rum! Jetzt kommt... Jetzt kommt er. Wenn ich helfe! Schnell vorrücken! Da kam die Tatscherin! Wenn ich helfe! Wie von Kasschen vorrücken! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schämtlicher Anweck. Was musst du denn? ... bis zum letzten Mann. Fehler! Zu Befehl! Jupiter gibt uns Kraft! Wenn ich helfe! Söhne des Marks! Sie für Rom! Wer rennt zum Einsatz? Versteckt ihr sie! Ich erwasse eure Befehle! Nachkampfgruppen erwacht ihr Violieren! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Verbrauchen! Ja, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Knappe Niederlage! Also, ich glaube eher nicht. Also, knappe Niederlage. Das war eine vollständige Niederlage. Ich habe nicht mal so viel getötet, wie ich... die verloren habe. Aber... Naja... Ich musste es versuchen. Ja, jetzt passt schon wieder. ... 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 wenn der die in das einnimmt dann kommt er zu Hilfe oder kann kann das verstärken so Pergamon my old buddy da ist ja nichts drin und wie immer mache ich weiter obwohl ich eigentlich nicht weiter machen sollte und ja ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und 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 Sie müssen versprach werden! Angriff! 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 Geh, Geh! Halt! Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, Geh, Geh! Geh, Geh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020